Die wird wahrscheinlich auch schon schmecken, aber ich empfehle trotzdem nicht, sie schon zu essen, weil ich wahrscheinlich nicht die Einzige bin, die Probleme hat mit unreifen Früchten. Generell sind unreife Früchte natürlich nicht gut, sowohl für die Verdauung als auch für den Geschmack. Man kann aber auch noch andere Probleme damit bekommen, und zwar bei mir zum Beispiel die Mundwinkel. Also ich habe die dann so richtig auf immer, wenn ich unreibe, oder habe das lange so erlebt früher, wenn ich angefangen habe, oder wenn ich viel von unreifen Früchten gegessen habe, das war meistens unbewusst. Zum Beispiel hatte ich das öfter mal bei Melonen und bei Kiwis und bei Ananas. Bei was anderem habe ich es eigentlich nie festgestellt. Aber Ananas immer, und ich liebe Ananas, und wenn ich dann Ananas so gegessen habe, dann konnte ich am nächsten Tag oder eigentlich so fast bis zu einer Woche kaum meinen Mund richtig auf und zu machen, ohne dass es irgendwie offen und gebrannt hat und manchmal auch sogar ein bisschen blutig war, auch innerhalb der Mundhöhle, also des Mundraums so ein bisschen. Und ja, das hat mich natürlich etwas eingeschränkt in meiner Leidenschaft zu diesen Früchten, bis ich dann eben, also ich habe viel gegoogelt, da findet man aber alles Mögliche von Ananas, Allergie, ach, alles Mögliche. Und da dachte ich immer, nee, das kann doch keine Allergie sein und so, weil Säure wegen Allergie, ich esse auch Tonnen von Orangen und habe auch viel mit Zitrone zu tun, und ist ja auch kein Problem. Und eins davon war eben, was ich gefunden habe und was einfach den größten Sinn macht für mich, dass es halt, ja, dass es halt einfach an der Reife liegt. Und ich dachte immer, die wären eigentlich schon reif, die ich gegessen hatte. Und die waren halt immer ungefähr so, weil ich mich nicht getraut habe, die noch länger von außen schimmeln zu lassen. Und, äh, oder halt auch einfach, dass ich es nicht mehr aushalten konnte und sie unbedingt essen wollte. Die waren halt so und das war dann irgendwie halt einfach immer noch zu früh. Genau. Das habe ich jetzt rausgefunden, indem ich jetzt nämlich mehrere von diesen gegessen habe. Und zwar mehrere am Stück und ich habe absolut gar keine Probleme. Alles super. Und zwar ist es, ähm, hat der Mund in seinem Speichel unter anderem ein Enzym, das ist dafür zuständig, ein bestimmtes Enzym, das die Ananas beinhaltet, äh, eben zu, wie sagt man, zu brechen? Oder zumindest ist es nötig, um das zu verwerten, äh, runterzubrechen, genau. Und wenn dieses Enzym im Mund aufgebraucht ist, dann kommen eben diese, diese wunden Mundwinkel zu, äh, zustande und diesen echt schmerzhaft, wer es mal gehabt hat. Also damit ist echt nicht zu spaßen. Äh, besonders wenn man da nicht aufhören kann, obwohl es schon anfängt zu brennen. Ähm, ein Tipp ist noch, dass man einfach, äh, wenn es, wenn man, äh, solche Bromelain-lastigen Früchte nicht so vertragen kann oder halt eben meine Vermutung, meine Theorie, weil sie einfach noch nicht reif genug sind, ähm, dann einfach in den Mixer tun und einfach klein machen, weil je weniger du mit dem Mund das kaust, desto, äh, weniger muss auch der Mund, äh, dieses Enzym produzieren und hergeben, um diese Bromelain eben runterzubrechen. Und ja, weil halt eben, genau, weil der Mixer ja schon alles, ähm, quasi zerkaut hat. Der hat die ganze Kauarbeit abgenommen, den Mund. Und so wird weniger von dem Enzym im Mund ver, ja, verbraucht. Deswegen könnt ihr dann mehr davon essen. Das habe ich dann auch früher so gemacht. Und ich hoffe, euch hat das geholfen, weil das war auch eine lange, ja, wie soll ich sagen, eine lange Selbststudie, eine lange schmerzhafte Studie an mir selber. Aber es hat sich gelohnt. Guten Appetit!